Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo zu FIFA 15. Gerade eben habe ich gelesen, dass das Release-Datum schon seit einiger Zeit feststeht für die FIFA 15 Demo und da möchte ich euch natürlich darüber informieren. Für alle PC, PS3 und Xbox 360 Spieler ist die Demo bereits ab dem 09.09.2014 zum Download bereit. Für die PS4 und Xbox One Spieler ist die Demo ab dem 10.09.2014 verfügbar. Die Demo enthält einmal den Anstoßmodus, den man auch auf der Gamescom anspielen konnte, genau so. Wie es da auch nun mal war. Und des Weiteren, was ich sehr interessant finde, ist, es gibt auch den Ultimate Team Modus schon. Zum Anschauen, wie das genau ablaufen wird, kann ich mir jetzt nichts darunter vorstellen, aber das werden wir auf jeden Fall zusammen herausfinden. Wir werden den Ultimate Team Modus testen und auch Anstoßmodi spielen, aber damit der Anstoßmodi nicht so langweilig wird, machen wir daraus kurzerhand ein Turnier. Denn es gibt acht Mannschaften, die dabei sind, nämlich Dortmund, Napoli, PSG, Boca Juniors, Barcelona, Manchester City, Liverpool und Chelsea. Diese Mannschaften stehen uns zur Verfügung und da, logischerweise, acht Mannschaften, machen wir dann einfach ein Viertelfinale draus jeweils. Und das werden wir dann jetzt mal auslosen. Hier sind wir nun auch schon bei der Auslosung. Wir sind hier bei einem unglaublichen Zufallsgenerator, nämlich www.echteinfach.tv und jetzt werden wir dann auch mal die Viertelfinals auslosen. Das war jetzt eben nur ein Test mit Napoli, das hat jetzt nichts zu bedeuten. Also hier sind unsere acht Mannschaften, wie eben schon angesprochen. Und das erste Viertelfinale besteht aus... Boca Juniors hat ein Heimspiel, das heißt Boca Juniors kann hier raus. Boca Juniors gegen... Barcelona. Oh, oh, oh. Das ist böse. Kommen wir zum zweiten Viertelfinale. Liverpool, wenn wir ein Heimspiel, das wird interessant. Gegen PSG. Oh, 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 oh. Also das sind bis jetzt ja Paarungen, die sind ja die Härte. Da bin ich richtig gespannt, wie das ausgehen wird. Und das dritte Viertelfinale. Chelsea... Gegen... Manchester City. Richtig krasse Sache und damit bleibt es logisch. Das letzte Duell wird nun mal Dortmund gegen Napoli sein. Jetzt geht es nur noch darum, wer das Heimspiel. Napoli. Und nun nochmal der Form halber. Es kommt Dortmund. Napoli gegen Dortmund. Das war's. Das sind ja wirklich interessante Partien. Entstanden durch die Auslosung. Ihr seht jetzt nochmal eine Übersicht von den ganzen, von den Viertelfinals. Wie sich das in Auffahrung und Halbfinale spielt das 3. Finale. Bleibt jetzt nur noch zu klären, wie wir das Ganze machen. Ich persönlich würde gerne ein Team nehmen, das spielen und die anderen Spiele simulieren lassen. Das wäre jetzt so mein Vorschlag. Damit würde ich alles sehen. Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel mit Chelsea nehmen. Dann würden wir uns zu Beginn erstmal Boca Juniors gegen Barcelona simuliert angucken. Liverpool gegen PSG angucken. Dann würden wir spielen. Und dann käme Napoli gegen Dortmund das Jahr auch wieder simuliert. Das heißt, wenn es gut konnten, wenn wir ins Finale kommen, spielen wir 3 Spiele von den insgesamt 8. Falls ihr meint, nee, das ist blöd, das wollen wir so nicht und dass ich irgendwie bei jedem Dings eine Mannschaft aussuchen soll, dann schreibt das jetzt in die Kommentare. Falls ihr einen guten Grund habt dafür, lasse ich das auch wissen. Dann machen wir das so. Da bin ich relativ offen. Der Turniermodus geht selbstverständlich in der Demo nicht. Das müssen wir natürlich alles in einzelnen Partien dann machen und dann hier durch diese Tabelle wird das dann hier so aufgeführt, wie das Ganze wirklich ausgegangen ist. Aber ich denke mal, dass das an sich ein guter Plan ist für FIFA, die Demo und ich denke, dass das viel Spaß machen wird. Vor allen Dingen bin ich gespannt, was sich verändert hat und wie fern sich verändert hat und auf die Demo hinsichtlich des Ultimate Team Modus weil da kann ich mir wirklich nichts von dir vorstellen, wie das funktionieren soll. Aber seid gespannt und am 10.9. kommt die Demo. Das heißt, spätestens am 11.9. geht's hier los. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Ciao.